Hallo, hier ist Üser Paul mit dem Thema OpenStreetMap ab sofort mit Routenplaner. Die Betreiber der freien Weltkarte OpenStreetMap.org, die im Juli 2004 erschienen ist, haben angekündigt, dass es ab sofort eine Routenfunktion gibt. Man kann also seine Strecke von A nach B planen. Oben links ist nun ein Symbol mit zwei Pfeilen. Nun gibt man einen Ort ein, zum Beispiel Berlin, die Startadresse und klickt dann auf die beiden Pfeile, öffnet sich der Routenplaner in OpenStreetMap. Nun gibt man noch die Zieladresse ein, zum Beispiel Hamburg und zum Schluss kann man noch wählen zwischen Auto, Fahrrad und Fuß. Unten gibt es dann die Fahranweisung, die ungefähre Distanz und die Zeit, die man fahren muss. Diese Funktion ist ein riesengroßer Fortschritt für die freie Weltkarte. Nun gibt es schon einige Websites, die Routenplaner basierend auf OpenStreetMap bieten. Dazu gehören OSRM, MapQuest, CycleStreets und so weiter. Allerdings ist so eine Funktion nun direkt auf der Hauptseite implementiert. Man zeigt damit, welche Leistungsfähigkeit hinter OpenStreetMap steht. Außerdem ist es sinnvoll, wenn schon die Daten alle vorhanden sind, so eine Funktion selbst anzubieten. Das ist allerdings noch nicht alles. Der große Unterschied ist, dass durch eine clevere Feedbackschleife damit gleich neue Daten erzeugt werden können. Die Menschen sehen sich die Route an, sehen zum Beispiel eine Brücke oder ein Gebäude ohne Namen, können dann auf Editieren klicken und das gleich berichtigen. Das Feld Bearbeiten, hier oben, ist so lange ausgegraut, bis man weiter in die Karte zoomt. Zum Beispiel so. Nun ist das Feld nicht mehr ausgegraut. Erst wenn das Zoom-Niveau angemessen ist, darf man editieren. Genau diese Feedbackschleife hat OpenStreetMap geholfen, in einigen Regionen der Welt die kompletteste Karte überhaupt zu sein. Man setzt also voll auf die Mithilfe aller Anwender und Menschen. Oftmals sieht man kleine Fehler nicht, bevor diese auf der Karte tatsächlich gerendert werden. Mit dem Routenplaner werden Fehler allerdings wesentlich schneller offensichtlich. Und Menschen können die Fehler aktiv korrigieren. Das Resultat wird auf lange Sicht sein, dass OpenStreetMap noch genauer wird. Schließlich füttern es die Einheimischen, die direkt vor Ort sind und sich entsprechend in der Region auskennen. Somit dürfte auch der Routenplaner von OpenStreetMap im Laufe der Zeit immer genauer werden und immer mehr Reisenden helfen. Eine ganz tolle Sache und Gratulation zu diesem Meilenstein von OpenStreetMap. Da sieht man mal wieder, was möglich ist, wenn man alle mit einbezieht und alle mitmachen. Das war unser Powerflopens Screencast. Ciao und viel Glück!